Das fand ich super, dass ich alle gesagt habe, dann gibts auf die Hörner. Das war geil, oder? Dass ich Idiot sowas gesagt habe. Habt ihr euch alle gefreut, oder? Ich hätte es gar nicht sagen sollen, sowas, weil ich euch ja eine Steilvorlage gebe. Wir hätten uns dann selber auf die Hörner gehauen. So habe ich es gemeint. Ich finde es nicht besonders schlimm, weil ich gesagt habe, auf die Hörner. Ich habe nicht gesagt, die Welt geht unter. Es ist auch ein bisschen so, aber natürlich sage ich das normalerweise nicht. Und jetzt habe ich es gesagt, und jetzt wird sich natürlich darauf gestürzt. Es hat keine weitere Bedeutung. Ich habe halt, Fakt ist, dass wir halt bis jetzt, das habe ich aber jetzt schon 30 Mal gesagt, jetzt sage ich es halt noch einmal in dem Zusammenhang, dass wir bis jetzt halt von 10 Spielen 1 gewonnen haben und natürlich mir das Gefühl, oder eigentlich so gespielt haben, dass wir mindestens zwei, aber eher drei hätte gewinnen müssen, aufgrund dessen, was wir gespielt haben. Weil das Spiel, wo man richtig schlecht war gegen Mainz, besonders die erste Haltzeit, haben wir ja eh verloren. Da hat man auch gar keinen Anspruch drauf, dass man das gewinnen soll oder unentschieden, weil da waren wir nicht gut, aber in anderen Spielen. Ich meine, Wolfsburg hat noch kein Spiel verloren und hat bei uns einen glücklichen Punkt geholt. Ich meine, Wolfsburg hat noch kein Spiel verloren.